Hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Limbo. Ich spiele wirklich sehr viel Konzentration meinerseits, darum bin ich jetzt nicht so unbedingt die ganze Zeit gesprächig, sondern eher ruhiger. Weil ich es auch blind spiele, also ich habe wirklich keine Ahnung. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon gesehen, wo mein Fehler war. Ich muss nämlich viel früher, bevor der Balken dort runter geht, rüberspringen. Das ist jetzt echt Timing-Geschichte. So, schieben, 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 schieben. So, springen. Ja, jetzt habe ich es. Oh, ich glaube, ich muss im Licht bleiben. Oder? Weil ich habe jetzt irgendwas gesehen. Augen. Ein Schmetterling. Oh. Schon wieder mal ein Gehirnlaupe. Gehirnlaufe. Gehirnlaufe des Todes. So, aber jetzt. Komm, du schaffst das, Junge. Namenloser Junge. Ach. Das Timing fehlt mir einfach. Komm, 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 komm schon. So, jetzt muss ich mich echt bellen. So, jetzt liegt. Damit ich wieder in die andere Richtung laufen kann. So. Oh, ja. Oh, ja. So. Okay. Was von mir ist Nummer 3. Das heißt, ich muss so schnell wie möglich rauf. Oh, irgendwie. Das ist haarscharf und Timing hier. Das sieht sich irgendwie überhaupt nicht aus. Das sieht sich irgendwie überhaupt nicht aus. Ich muss irgendwie noch, noch schneller raufkommen. Das sieht ganz knapp nicht aus. Ich muss irgendwie noch, noch schneller raufkommen. Aber ich mach's ein bisschen anders. Ich hab nämlich jetzt einen kleinen Plan entwickelt. So. Jetzt bin ich wieder hier. an meinen eigenen Gedanken. Okay. Schauen wir mal, wo mich das Ganze jetzt hinbringt. So. Ich bin wahrscheinlich von der anderen Seite gekommen. So. 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 Wir kombinieren miteinander. Ich hoffe, mir gelingt das gleich. Ich muss halt nur ein bisschen schaffen. Ich hoffe, mich festzuhalten. Es ist immer so knapp. Ich würde gerne nur noch ein Stückchen weiter rauf. Ja, genau so. 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 Okay. Auf der Seite geht das nicht. Ich darf nicht da rüber gehen. Das muss irgendwie schneller kommen. Ja, genau so. Ja, genau so. Leider geningt mir das momentan nicht. Ich muss es schaffen, das richtig zu schwingen, gleichzeitig auch. Das ist echt ein Pech momentan. Wie geht das Schwung immer aus, wenn ich gerade an der Stelle bin? Ja. 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 Dann beende ich wieder die Aufnahme. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschau zusammen. Tschau.